Herzlich Willkommen zurück. Demolisch End-Build 2018 mit einem Klick. Da hängt aber noch was dran. Kann ich das irgendwie abwerfen? Das Betonding, du musst ja auch Beton öffeln, musst du ja auch in der Mitte. Kannste erst mal machen und dann kannst du ja von mir aus die Dinger da hoch machen. Das kannst du dann wieder im Menü machen unter Fahrzeuge. Beton abwerfen mit Q oder E. Keine Ahnung wie auf die dumme Idee gekommen ist. Hier höre ich das rein, so höre ich das. ... Du 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 Und jetzt? Jetzt gehst du hier Escape, dann Fahrzeuge, dann den Kran auswählen und dann halt den Aufzug wählen. Parken. Da brauchen wir fünf Minuten. Gut. Gut. Da oben ist er, der Kranführer. Fahrer. Führer. Du führst den Kran. Du fährst ihn ja nicht. Oh. Mhm. So. Wenn wir das dann haben, haben wir dann noch einen UK von 500. Da fehlen uns noch 808. Was ist das? Wir könnten hier einen Maschinenhanger noch aufbauen. Da sind dann noch so ein Jobs. Jobs haben wir wirklich auch nur noch in Dorf Bergen. Und einen Gold Valley. Und die bringen uns vielleicht so standardgemäß zusammen. Also in Dorf Bergen bringen uns die drei noch 10k. Und das andere vielleicht noch 5k. Also 15k Kohle könnten wir noch rausschlingen. Das wars dann aber auch. Mhm. Aber dadurch, dass wir hier die Gebäude so viel Kohle da rein gepresst wird, brauchen wir das denke ich mal gar nicht machen. Da haben wir dann selbst genug Kohle für die anderen üblich. Und dann bauen wir uns auf der anderen Karte, äh, noch den Maschinenhanger in Upper Down. Da haben wir dort alles. Das bringt uns 350 UK. Dann müssen wir dann hier Erholungsgebiet 1, dann haben wir 500k, dann haben wir 750k. Und dann noch ein Gold Valley, eventuell das noch bauen. Ja, dann müssen wir fast alles bauen bis auf 1. Und dann kommst du erst auf diese stolze Simme. Das ist auch nicht verkehrt. Ich springe. Ja, aber der Kranze dort minimal. Ja, hier ist es gut. Mit dem Beton bist du aber auch nicht fertig. Ja, steht auch 800 von 800 da. Ne, 798 von 800. 800 von 800. Ja, na gut. Gucken wir mal wie es denn ist. Da musst du eigentlich nur weinen und runter. Das akzeptiert er automatisch. Ja, aber nicht wenn es hier quer ist. Äh. Hat bei mir das letzte Mal funktioniert, deswegen hab ich ja gesagt. Ja, das erkennt ihr einfach einfach. Ne, runter, absetzen, fertig. Ne. 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 – das ist ja alles ganz… Ne. Oh, also. Ne. 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 was ist damit auch noch gut ist so langsam gut wenn sie dann fertig sind müssen wir hier noch am kleinen betonhaus noch mal schweißen am ersten ja jetzt halt noch mal das nützt alles nicht angezeigt worden ist bei mir immer an zu ruckeln was machst du nicht nicht dass ich wüsste das wird immer klick klick klack und dann auf immer klick 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 das ist dinge ist naja die kohle die reinkommt weiter fängt bei mir immer die teile hier unten am kran an zu zittern was ist denn akzeptiert es was und drehen, bitte. Ach, Mössler. Die letzte Wand, die letzte Wand und ich bin gespannt, ob du es dann akzeptiert, oder aber, ob du noch mal zwei Liter Beton nachgeben müsst. Ja, du musst noch mal zwei Liter Beton nachgeben. Ja, ist bloß die Frage geworden, ne? Einfach da in einem Ding, es gibt noch die Kübel, also einfach noch mal kurz reinspritzen und fertig. Welchen von diesen? Ja, ja, was weiß ich, einfach mal drüber und fertig. Was? Was? Ne, ne? Doch, jetzt haben wir es. Haben ja nichts verändert. Naja, siehst du mal. So, jetzt ist es jetzt in einem kleinen Betonhaus, wenn es denn dann mal fertig lädt. Klingling, so, kleines Betonhaus. Jo. Und Schwesen. Guten Tag. Guten Tag. So, schön. Jetzt zum Fluchhafen. Jetzt, ja, zum Fluchhafen würde ich behaupten, weil das da ist erstmal wieder eine Ewigkeit, bis das wieder richtig angestiegen ist. Bis wir den tatsächlich einen richtigen Wert sehen, aber das wird halt, ich glaube, 800 fehlen uns circa. Na, jetzt drück nach Aberdown. Steigen sie, ja? Wohin? Wo einsteigen? Ja, ins Auto. Ja, gut, wir können auch mit dem Taxi zum Fluch, ja, das steht schon, ich weiß schon. Haben wir das Taxi genommen? Obführenkosten. Ich stehe jetzt wieder beim Hotel, was wir gerade gebaut haben. Auch nicht verkehrt, jetzt kommen sie automatisch mit. Reicht nur. Ja, ja. Mit 10.000 sind wir her. Und ich sage mit 100.000 wieder abgereist. Na ja, bevor wir das Geld ausgegeben haben, halt. Das ist ja prima. Guck mal. Ah, guck mal. Hier schneit's. Hier schneit's. Auf der Karte anzeigen. Im Moment, da können wir uns eigentlich auch den teleportieren lassen. Nein. Ganz unten. Ganz unten. Maschinenhangar. Genau. Grundstück ist erworben. So, Metallkonstruktion dreimal. Stimmt, dann müssen wir zum Metalldebüt. Das war hier. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Lkw. So. Wie viel bräuchten wir davon? Drei? Grundstücke. Maschinenhangar. Drei, oder? Ja. Da müssen wir auf Wachezeichen. Das findest du mal ein schöner Lkw. Das kostet jetzt doch schon gar nicht mehr so viel. Sie sind drin. Drei Stück, aber brauchen wir, sind das nicht mehrere Schritte? Das sind Klöpfwürfe oder mehrere Schritte, ja. Da braucht der Klammer 6, ja. Ja, ne. Ja, ne. Ne. Nochmal den ganzen Kordoradatsch. Ja. Na. Tausend Meter. Versuch's ganz glatt sein. Könnte. Durch diese ganzen Ebenen hier zieht sich das halt, weil man nicht querfällt einfahren Das ist ja wohl der Sinn der Sache Das Bremsen der da unten Zack Wegpunkt wurde erreicht, so Material abladen Aufgaben annehmen Grundstückserschließung Platzieren die, genau, platzieren den Schnee eben Ein Bulldozer Aber erstmal Da braucht man die Sache drüben Kompaktlader Manches Mal frage ich mich echt, wo hier die Tür ist Manchmal hinten, manchmal vorne Ja Ich bin hier vorne Ich hoffe ich hab' nicht hochgenommen Wo ist der Schnee des Dödes Ich muss selber nicht rein Rechts, links von mir zum Beispiel Ja Du hast mal das da hinten weg Okay. Das war's. Grundstück. Goldmine muss abgeholt werden. Diamantmine muss abgeholt werden. Gut. Bei dem hier ist der Sprit im roten Bereich. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Was? Du machst das. Danke. Danke. Das war's. Anpacken hier. Anpacken? Ja. Erstmal Stage erledigt. Eins von drei. Wahnsinn. Ich glaube, das nächste ist dann Beton gießen. So ne Scheiß und dann nochmal die Dinger klöfe. Irgendwie so war das. Aber sie haben erstmal das Wort zum Montag. Jetzt Montag? Ich dachte es kommt Sonntag. Ja, wir haben eine Folge im Voraus. Achso. Ja. Ähm. Ja, das sollten sie nicht vergessen. Ich hoffe, sie hatten ein wunderschönes Wochenende. Und in dem Sinne, bis zur nächsten Folge. Das Finale haben wir damit eingeläutet. Genau. Tschüss. Tschüss.